Bei dem Versuch, versuche ich den absoluten Nullpunkt zu bestimmen mit ziemlich einfachen Methoden, ein Weckglas und Handy und Thermometer. Den Theoriewert kennen wir, also die minus 273 Grad Celsius, zumindest in der Größenordnung oder so, kann man mit diesen einfachen Methoden bestimmen. Und zwar, ich habe hier das Thermometer und mein Handy mit dem Luftdrucksensor und bekomme bei 20 Grad Celsius zum Beispiel 950 Hektopascal. Und was ich jetzt mache, ich gebe das in ein Wasserbad. Da kippe ich jetzt zu kaltem Wasser, mit dem Wasserkoch ein bisschen warmes Wasser dazu, also insgesamt kein kochendes Wasser, aber es soll ein bisschen wärmer werden. Und abwarten und irgendwann habe ich dann zum Beispiel ausgedachte Zahlen, 23 Grad und ein bisschen mehr Druck, 965 Hektopascal. Genau, und die Idee ist folgende, mehr Temperatur, mehr Druck, weniger Temperatur, wenig Druck. Und wenn ich jetzt bei diesem absoluten Nullpunkt wäre, also im Teilchenmodell entsteht ja der Druck dadurch, dass so ein Teilchen, ja, das knallt gegen die Wand und macht da den Druck. Also ständig knallen die Teilchen da rein. Die Idee ist, wenn ich den absoluten Nullpunkt hätte, dann würden die sich überhaupt nicht mehr bewegen. Also die wären hier alle still. Und dann habe ich den Druck P gleich 0 Hektopascal. So, und jetzt kommt Mathe. Also die Idee ist die, ich zeichne jetzt hier so ein Diagramm. So, und hier ist die Temperatur T und hier ist der Druck P und dann habe ich hier 20 und da habe ich 23 und da habe ich einen gewissen Druck und ein bisschen mehr Druck. So, und jetzt gehe ich einfach im Geisel zurück. Also mehr Druck, also mehr Temperatur würde mehr Druck bedeuten, irgendwann platzt das Glas. Und wenn ich jetzt weniger Temperatur habe, immer weniger Druck, immer weniger Druck, immer weniger Druck. Die Frage ist, wo habe ich hier, ja, bei welcher Temperatur habe ich hier eine Nullstelle? Und dieses Ding ist mathematisch einfach eine Gerade. Also ich gehe jetzt, damit es leichter zum Vorstellen ist, gehe ich jetzt von, nehmen wir euch immer Rot, ja. Weil man das so kennt, ja, mache ich statt Temperatur und Druck mache ich X und Y, ja, so wie man es kennt. X und Y. Dann habe ich hier die Gerade Y ist MX plus T. Ich suche mein M, ich suche mein T und wenn ich das habe, dann suche ich die Nullstelle. Und an der Nullstelle ist dann der absolute Nullpunkt. Und jetzt male ich hier rein, das ist X1, Y1, X2, Y2. Und dann weiß ich, dieses M ist ja hier so eine Steigung, Steigstreik. Ja, also M. M Doppelpunkt. Das ist doch Delta Y durch Delta X. Ich wiederhole es so ausführlich, weil ich weiß, das haben viele nicht drauf. Also Y2 minus Y1 durch X2 minus X1. Also anhand dieser gegebenen Werte, vier Werte, kann man schon mal die Steigung von diesem Y als MX plus T bestimmen. Und als nächstes braucht man T, ja, und da setzt man einen Punkt ein. Also ich habe ja zwei Punkte gegeben. Also ich habe den Punkt P, 20,950 und ich habe den Punkt Q, 23,965. Also immer so hier X1, Y1, X2, Y2. Und jetzt habe ich die Funktion Y ist MX plus T. Und es ist egal, welchen Punkt ich einsetze, ich kann also den Punkt nehmen, das hier für X einsetzen. Und das hier für Y einsetzen. Und das M kenne ich ja schon. Das M habe ich ja hier schon gemacht. Und dann bekomme ich mein T. Also habe ich M und T. Und dann habe ich die Gleichung. Und jetzt die Nullstelle. Nullstelle einfach MX plus T gleich Null setzen. X0 ist gleich... Das X0 ist ja eigentlich kein X, sondern die Temperatur. Und so bekomme ich es. Also ich tue es jetzt nicht. Das ist euer Job. So bekomme ich jetzt mit dieser Methode den absoluten Nullpunkt. Ich kriege sicher keine minus 273. Aber das genügt schon, wenn ich so auf... Ja, also wenn es ordentlich negativ ist. Genau. Das ist ja eigentlich kein X0.